Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die grundlegenden Ziele der Keyword-Analyse erläutern. Man kann das einteilen in drei primäre Ziele. Das erste Ziel ist, dass Sie versuchen sollten, potenzielle Kunden anzuziehen. Das machen Sie, indem Sie sich versuchen, in die Kunden hinein zu versetzen und deren Bedürfnisse zu antizipieren, sodass Sie mit den ausgewählten Keywords möglichst nah an dem sind, was die Kunden tatsächlich auch suchen und dementsprechend in den Suchschlitz bei Google eingeben. Das zweite ist, dass Sie versuchen sollten, eine Angebotskonformität zu erreichen. Bedeutet, dass Sie mit den Keywords das Produkt, was Sie tatsächlich auch anbieten, möglichst genau umschreiben sollten, damit Sie eben mit den Keywords möglichst nah an Ihrem Produkt sind. Und das dritte ist, dass Sie versuchen sollten, ineffektive Klicks zu vermeiden. Das wiederum bedeutet, dass Sie, wenn Sie Keywords definieren, die nicht zu Ihrem Produkt passen, damit auch Kosten generieren. Und genau das sollten Sie eben vermeiden. Man ist dabei immer in so einer Spanne zwischen sehr allgemeinen Keywords und sehr spezifischen Keywords. Bei sehr allgemeinen Keywords haben Sie das Problem, dass Sie wahrscheinlich ein sehr großes Suchvolumen haben. Bedeutet, wenn Sie nach Urlaub Nordsee Ihre Keywords ausrichten, weil Sie eben eine kleine Ferienpension beispielsweise an der Nordsee sind, dann ist das Keyword wahrscheinlich zu allgemein und Sie haben da ein sehr hohes Suchvolumen und dementsprechend auch relativ hohe Kosten. Das zweite ist, wenn Sie dann sehr spezifisch versuchen, Ihre Keywords auszurichten und sagen, Ferienpension, Privatunterkunft in Eiderstedt beispielsweise, dann ist das Keyword wahrscheinlich so spezifisch, dass Sie nicht genügend Suchvolumen darüber generieren können. Das heißt, Sie müssen irgendwo die Mitte treffen zwischen allgemein und spezifisch, wo genügend Suchvolumen da ist, das aber auch Ihr Produkt entsprechend beschreibt und Sie darüber eben sehr effektive Klicks erhalten können. Dann müssen Sie auch messen, denn es ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem Verhältnis von den Kosten, die Sie pro Klick haben und dem, was Sie hinterher an Gewinn generieren. Das heißt, Sie sollten versuchen zu messen, wie viele Klicks brauche ich beispielsweise, um eine Reise zu verkaufen.